Wenig Stress ist das beste Hausmittel. Einfach Ruhe, Cannabale, Kopfschmerzen. Ich habe keine Kopfschmerzen. Die habe ich gestern schon gehabt, den Kopfschmerz. Was nehmen Sie da dann? Da habe ich einfach ausgeruht und damit war es zu Ende wieder. Den Kopf runter, dann schüttel ich ihn so aus und dann mache ich wieder da, sind die Schmerzen weg. Ich habe einen kalten Lappen. Ich bin nicht geplagt von Kopfschmerzen, aber mein Sohn hat oft Kopfschmerzen. Dem hilft ein dunkles Zimmer und ein kalter Lappen. Und wenn nichts mehr hilft, ein Schmerzmittel. Nein, Aspirin, nicht Ibuprofen. Oder eine gute Nackenmassage. Keine Aufregung. Stress vermeiden und regelmäßig Obst essen und Wasser trinken. Aspirin, Aspirin hätte ich gesagt. Oder was gibt es da? Also Stirnbohndummer oder mit irgendeinem, was gibt es für Tropfen? Die japanische Heilpflatzenöl. Ein bisschen hinlegen und schlafen vielleicht. Das ist, was ich mache. Ich bewege mich und dann habe ich keine Kopfschmerzen. Und die anderen Kopfschmerzen kommen anderweitig. Vielleicht fehlt mir irgendwas. Eine Tablette hinlegen, verdunkeln, anzu und Ruhe geben.